Willkommens zurück auf meinem Kanal. F1 TV Pro wird erweitert. Formel 1 Marketing Chef Sean Bratches hat angekündigt, im kommenden Jahr den F1 TV Pro Livestream zu erweitern. Es soll mehr Sprachen geben. Aktuell sind folgende Sprachen verfügbar. Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch. Welche Sprachen könnte man eurer Meinung nach noch einbauen? Meinungen wie immer in die Kommentare. Singapur Strecke wurde verändert. Die Strecke in Singapur wurde an den Kurven 16 und 17 verändert. Der Kurs ist damit 2 Meter kürzer als zuvor. 5,063 statt 5,065 Kilometer lang. Danke an den Abonnenten, der mir das mitgeteilt hat. In den Kurven 1, zwischen 5 und 7, 15, 17 und 23 wurde außerdem neuer Asphalt verlegt. Die DRS-Zonen bleiben dieselben wie die Jahre zuvor, allerdings wurde der Messpunkt für die Zone auf der Start- und Ziellinie ein paar Meter nach vorne verlegt. Wie steht ihr zur Änderung vom Marina Bay Circuit? Meinungen wie immer in die Kommentare. Formel 1 Konzeptauto für 2021 aufgetaucht. Bei einer Präsentation am Mittwoch zeigte Ross Braun ein Konzeptauto für die 2021er Saison. Viele Dinge sind unterschiedlich im Vergleich zum jetzigen Boliden, wie zum Beispiel die 18 Zoll Reifen, der vereinfachte Frontflügel, sowie die Heckflügel-Endplatte, die fast schon auf dem Hinterreifen liegt. Der Halo sieht schmaler aus und ist nach vorne gezogen. Das Barschbord ist deutlich weiter vorne als jetzt. Die Heckfinne ist mit dem größeren Heckflügel verbunden. Ob die Grafik nur die Richtung 2021 zeigt oder ob es ein fortgeschrittenes Design ist, weiß man nicht. Was haltet ihr von diesem Konzept? Meinungen wie immer in die Kommentare. Nächster Kameratrick von Ferrari. Ferrari hat beim Belgien Grand Prix eine Kühltasche vor der Onboard-Kamera platziert, um Einblicke der Konkurrenz in das Cockpit zu vermeiden. Das wurde zwar erst von der FIA erlaubt, dann aber von der FOM verboten. Nun hat sich das italienische Team etwas Neues einfallen lassen. Jetzt platzieren sie einen neu-desigten Airbox-Kühler, der die Kamerasicht blockiert. Was haltet ihr von Ferraris neuen Kameratrick? Meinungen wie immer in die Kommentare. Das war's mit den Formel 1 News. Sollt es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keiner meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Ciao!